Dieses Symbol gibt Ihnen die Sicherheit, die Sicherheit, dass Sie langen Zeitgängen, ein für lange Zeitversprechen haben. Intel 486, Intel 420, erwecken die anspruchsvolle Zünftung von heute zu leben, überall auf der Welt. Jetzt kommt, jetzt kommt, der Intel Pentium Prozessor, die neuste Generation ist da, die Leistung ist da, der Pentium Prozessor, ein überzeugender Grund, ein überzeugender Grund, auf dieses Symbol zu leben, Intel Inside, Intel Inside.